so und das war schon wieder mit einer neuen Aufnahme und ich habe schon wieder komplett vergessen zu machen wollen genau wir müssen eine Mütze suchen und wir müssen später auch nochmal ins erste Level das ist auch gekommen so ja schon ja weg ah die blöden Augen so ich bin mir aber nicht ganz sicher wo wir lang wollen ja 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 ich weiß dass wir hinten waren und wir waren auch noch irgendwas so zack aua Wünsch was was nur aufgeladen ach verdammt nun wird es ja ergelegt und wach nun wie ich bin ein Foto ich bin ich bin ich bin ein hat heute war jetzt die aufgeladen schweißen 4 4 4 4 So, aber jetzt. Na, komm schon. Na, warum macht er das nicht? Was? Was ist denn hier? Oh! Oih, 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 das ist ja dran. kein Plan wo wir hinkommen aber es scheint richtig zu sein hier ist der nächste oh ok jetzt hat ich den Motor angehoben was Prozent verschicken von der Jokka in Hölle einen immer die fiesesten Fiecher ein das heißt wir können jetzt so umlaufen über bis zu tun und wobei das nehmen ein feigen Blatt Frau Bordeaux ein Schneesturm hat meinen Hut davon gewählt noch eine doch so einen schon in der Höhle gefunden egal, erstmal den Pecci holen hier und dann so wo kommen wir denn hier hin hier ist doch der Höhlenausgang genau da drüben aber wir gehen erstmal den Geist sammeln und brechen paar Schmetterlinge da und Pc er gleich Prozent mit Prozent da nach oben ja genau so ein paar schmetterlinge und schon ein wenig und schmetterling gibst du noch kein schmetterling hier waren in der ersten wälder mehr oder wo war denn eine höhle oder wo geht es hier lang ist das auch noch ein pg erzählt er uns was Lune Nürnberg in ein zu viel Zeit haben wir nicht 9 noch verdammt und das ist erst mal würde ich sagen es bringt die der nie raus die von Blödsinn da hinten geht es auch noch lang kurz reingucken ich vermute mal ganz stark dass unter Wasser auch noch irgendwas ist das kristallin höhle doch das ist ja die wo wir schon das haben wir ja schon gemacht ja gibt mir nur wenigstens schmetterling ich bringe ihn doch um kopf so scheiße dann fangt er wieder hier an dann muss er wieder raus gehen so wir werden das noch mal hinten geht es auch hoch und dort auch so zack hoch hier hoch hier drauf zack 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 wo geht es weiter da hier hier doch schon den nächsten pg sehr schön so jetzt wird ich eigentlich mal unter Wasser gucken wollen wenn wir gehen erst mal da drüben kann man nicht raus aus dem Wasser wenn ich vermute da ist was rotes da schwimmt was wir sagen wir können uns doch mal an oder wir können uns doch mal an oder wir können uns unter Wasser nicht wehren oder wir können hier in den Wildern schwimmen da ja wir sind wir sind gleich draußen so wo kommen wir jetzt raus hoch okay zwielig stein grotte das cool wir können also auch leuchten komm hier passt du doch durch das stelle nicht so an nun jetzt wieder runter rutschen hoch hallo 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 so hier sonst noch was wir vielleicht was aktivieren oh gut ich sag mal eh nicht mehr Da oben kann man wieder leuchten. So. Können wir die Fehler mitnehmen? Geht uns irgendwas? Geht los. Glatt. Oh, wieder dunkel. Oh jee. Aha, los, los, los. So, dann mal wieder auftanken. Dankeschön. Ist das eigentlich denn das... Glühwürmschnur oder so? Schmecken bestimmt gut. Okay. Oh, nein, 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 nein. Nein. Oh, verdammt. Okay, wir können natürlich nicht zügiger machen. Das ist kein Problem. Man sieht ja eigentlich relativ gut. Ja, ja, ja. Ah, komm. So. Ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, hallo, Freunde. So, hier haben wir wieder ein paar. Nur leicht. Hä? Ja, wir können die Idioten da vom Himmel holen. in der Zeit. So. Nummer Nummer drei Volk zugleich. Jawoll. Wir lang. Sieht zumindest nicht so aus. schon kuselig wieder leuchtet wo geht es denn jetzt weiter? bleib mal da unten und ja was ist das für ein Weg? wer bist du denn? au 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 geh weg so auch ein Schmetterling das ist alles das hat sich ja jetzt nicht so gelohnt geht weg ach guck ach guck so meins wo sind die anderen Augen? runter geflogen? ja schaffer doch meins was ist das? achso ja kann man ja kaputt machen nichts drin so wo geht es weiter? so muss es doch wo weiter gehen? gerne achso so zack einfach rüber die letzte war fast ein bisschen überflüssig so so na oh nein oh wir fangen wieder von ganz vorne an das ist ja spät so scheiße alle Freunde ja haben wir ganz rum und das ist ja nicht hallo hey Freunde sind doch getroffen oder nicht? so oh die leben und so ja was leben nicht alle war noch mehr vorher ja na gut egal weg sind sie meins hm meins hm meins hm 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 h hallo liebe Biene große steht wieder wir laden uns kurz auf und dann hiren wir den einfach sschera Aua, mach doch! Aua die blöden Augen! Die müssen natürlich weghauen! Aua nein nein, hau mich sicher nicht runter du! Blö! Aua die Augen sind echt am schlimmsten. Komm, hau ab! Meine Güte! Weg dir! Huch! Ich hab fast gleich wiederhörungen gefallen. so schnell man mag die ganze scheiße normal so ok ok können ja auch bremsen nirgendwo sehr schön immer noch so fast sind und so bestimmt was man noch ein nun muss ich hier wollen ich muss nicht So, damit haben wir ja schon die ganze Höhle, würde ich sagen. Juhu. So, ich weiß ja natürlich nicht, ob da unter Wasser läuft oder wo was ist. Da hinten ist noch was. So, kommen wir jetzt hier raus? Ja, noch, kommen wir raus. So, was haben wir denn hier? Ähm, Kiecher drauf? Ja. Hm, das sieht irgendwie komisch aus. Ja, danke schön. Na, da sind wir ja auch ein paar Kollegen. Hier in der Hölle waren wir schon. Da sind wir schon mal rausgekommen. Hallo. Nochmal. Okay. Meins. Oh, gibt es hinten was? Da sind wir so geistert versteckt. Hier in der Hölle war's. Da gibt es eine Feuerblume. Wie? Aber wofür? ach für den so irgendwas müssen wir doch mit dem feuer machen ich irgendwo eine fackel nicht an da drüben haben wir noch Honig und gehen wir erst mal weiter der erzählte bestimmt was oder der anziehen was ein mister schild das seid ihr ja endlich schnell ans werk sonst endet blanker noch als super das lächentlicher könnte ein wenig wärmer vertragen klappe was gut mieter und jetzt macht wofür eisbildhauer bezahlt werden und setzt die kaputte statue wieder ins stand aber wir sind keine hohe an die arbeit und kapital herausfindet dass ich versehentlich seine schöne neue skulptur verstand da wird er mich sicher anzeigen ich bin werdet viel energie brauchen um diese marke auszumerzen soviel steht fest was sind was für uns für die ausrüstung was hier nicht rum muss sondern aber wird die stadt und hier Pünsler seid doch alle gleich immer bloß reden aber bloß nicht arbeiten wenn ihr euer geld wollt solltet ihr langsam mal anfangen Geld wir müssen ja da ist dabei das geld geht wir haben die unterfallen die unterfallen die unterfallen da geht es zum starten und geht es da hin nirgendwo hin wenn wir die rollen ich habe auf jeden fall hunger kommen die blöden jagen ab diese blöden um hier geht so nicht drauf die fiel dem mit irgendwas füttern und erst mal das ding kaputt machen ich weiß aber nicht wie ja 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 alles schwein wenn wir erst mal runter hier wieder hoch 1 1 1 und was ist das soll das jetzt schon stadt sondern eine eistatur seine steine oder nicht im sitz aus mit auf schnee und ist bei den leuten auch steine mal schauen Na komm schon Danke Ups So So Hm Ich weiß noch nicht ganz, was ich hier machen soll Hallo, hallo Äh, was nochmal hier Ähm, was? Äh, okay Okay, ne, das bringt gar nichts Ah, oh Mann Ne, nicht ganz runter Ah, verdammt Scheiße Eine, eine Sekunde So So, bin ich auch schon wieder Ähm Können wir gleich mal gucken Ob hier nicht irgendwas mit dem blöden Feuer zu machen ist Da ganz in der Nähe sein Da ist wieder der DNA-Strahler Vielleicht brauchen wir auch den Kann natürlich auch sein Kann natürlich auch sein Nie Ah Das ist viel Spür mal, wie ist ein paar Schmetterlinge her Meins 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 So, hier geht's nicht weiter Wir haben noch keine DNA gefunden Wir haben noch keine DNA gefunden hier in dem Level So, aber Ich sehe hier nichts, was wir mit dem Feuer machen Könnte, sollte, würde Ja Und dann gehen wir erstmal wieder hoch zu den Bomben Und dann gehen wir erstmal wieder hoch zu den Bomben Und vielleicht schaffen wir das ja sogar Könnte man es schaffen, oder? Ah, der lebt ja noch Ah, ah, ah Mal gucken, ob man es schafft Mal gucken, ob man es schafft